Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über unseren Wechselstrom. Das letzte Mal haben wir eine Serienschaltung von R und L von einem Widerstand und einer Spule gemacht. Heute wollen wir dem Widerstand treu bleiben und wir wollen die Spule mit einem Kondensator setzen. Also wir machen eine Serienschaltung von R und C und schauen sie an, wie schaut da das Zeigerdiagramm aus, wie schaut es mit den Leistungswinkeln und so weiter aus. Schauen wir uns das an. Also das ist unsere Schaltung, eine Serienschaltung von R und C und das verbindende Element einer Serienschaltung ist natürlich wieder der Strom. Der Strom rinnt durch R und C durch und weil ich, wie beim letzten Mal, noch immer nicht mein eigener Feind bin, werde ich mein I so wählen, dass es in der reellen Achse liegt, also einen Winkel von 0 hat. Das ist mein I. Ich darf mir das aussuchen. Diese Freiheit habe ich und da sage ich, da ist mein I, der will nicht künstlich einen Winkel einführen, der mich später vielleicht stört. I. Hier ist mein Strom I. Und den Rest der Spannungen in diesem Fall nur, muss ich mal jetzt entsprechend dazu designen, dazu ausrechnen. Fangen wir an mit einer relativ einfachen Spannung, fangen wir an mit U, R, so wie das letzte Mal. Und natürlich gilt auch hier noch immer, dass das das Ohmsche Gesetz ist, weil das ist ja wichtig. Jetzt setzen wir halt dieses I da oben ein, R mal I, mal E hoch J0, 0 Grad, 0 Rad. Und da haben wir also, U, R mal E hoch J0 mit einem Betrag, U, R ist gleich R mal I. Rot ist der I bei mir. So schauen wir das aus. Der U, R geht also im Winkel 0, geht da rüber, da ist der U, R, schau, da ist der U, R. Da pfeift er um, noch ein bisschen größer, dass man auch erkennen kann, U, R, war leicht. Jetzt schauen wir uns den U, C an. U, C, was ist der Wechselstromwiderstand eines Kondensators? Das war 1 dividiert durch J Omega C. Und dann Moi. Und ich habe mal in einem Video erwähnt, dass das 1 durch J ist gleich Minus J. Das heißt, wir haben da Minus J, 1 durch Omega C. Moi. Und jetzt schauen wir mal, was Minus J bedeutet. Wir haben hier irgendwo Minus J. Welchen Betrag hat das? 1. Das ist also 1. Welchen Winkel? Minus 90 Grad mal E hoch J minus Pi halbe. Pi halbe ist 90 Grad in Radiant. Das ist also Minus J. Okay. Länge 1, Minus 90 Grad, da haben wir 90 Grad. Fertig. Minus Pi halbe. Mal 1 durch Omega C. Und jetzt setzen wir das an. Mal I. Mal E hoch J 0. Jetzt tun wir es noch zusammen multiplizieren. Das 1 lasse ich weg. Das I dividiert durch Omega C. Mal 1. Natürlich. Wenn ich hinschreibe. Und dann haben wir noch die E hoch. E hoch J. Und zusammen zählen. Wir haben also Pi halbe. Minus Pi halbe. Und dann haben wir noch Plus Null. Und sind schon fertig. Und das ist mein UC mal E hoch J minus Pi halbe mit ein UC ist gleich I dividiert durch Omega mal C. Mein UC hat also einen Phasenwinkel von Minus 90 Grad. Geht da runter. Da ist mein UC. Da ist mein UC. Hat eine gewisse Länge. Die Länge ist abhängig vom Strom, von der Frequenz und von der Kapazität. Gut. Dann schauen wir uns noch. Was ist das U? Das gesamte U. Das ist das plus dem. Muss so sein. Da kann man auch eine Schleife hineinsetzen. Also wir haben UR plus UC. Wenn man sich das da anschaut. Dann sind wir da unten. Oder UC plus UC. Das ist vollkommen egal. Da kommen wir her. Da ist der Punkt. Hier haben wir unser U. Da haben wir unser U. Und hier haben wir dann einen Phasenwinkel. Von Strom zur Spannung Phi. Der ist also negativ. Unser Phasenwinkel in diesem Fall ist ein negativer Phasenwinkel. Das ist typisch für Kapazitäten. Kapazitiver Phasenwinkel ist negativ. Aber schauen wir uns das an. Schreiben wir das einfach an. Das war ja R mal I. Und dann haben wir da das da. Minus J 1 durch Omega C mal I. Gut. Jetzt hebe ich I heraus. Und drinnen bleibt über R minus J 1 durch Omega C mal I. Und jetzt sage ich wieder. Das ist eigentlich nichts anderes wie ein komplexer Widerstand Z mal I. Eine Impedanz. Und meine Impedanz. Wenn ich das da hernehme. Das ist meine Impedanz. Und das ist R minus J 1 durch Omega C. Wir haben also einen Realteil R. Da ist er. Wir haben eine Imaginärteil von Minus 1 durch Omega C. Und da ist mein Z. Und da ist mein Phasenwinkel Phi. Das ist der gleiche Winkel. Der gleiche Phasenwinkel Phi. Hier und da. So legt sich das zusammen. Also ich kann immer das zusammenfassen. Wie groß ist also unser Phi? Phi ist Akkustangens. Von Gegenkathete dividiert durch Ankathete. Länge der Gegenkathete ist 1 durch Omega C. Ankathete ist R. Wir haben also einen Akkustangens. Von 1 dividiert durch Omega C R. Gut. Das ist der Phasenwinkel. Wenn mich der Leistungsfaktor interessiert. Der Kosinus Phi. Kosinus ist definiert aus Ankathete durch Hyperdenuse. R dividiert durch Z. Den Betrag von Z. Und der Betrag von Z ist die Wurzel aus. Pythagoras. Einmal 90 Grad. Pythagoras. R Quadrat. plus 1 durch Omega C Quadrat. Schreibe da noch einer. R dividiert durch Wurzel aus R Quadrat plus 1 durch Omega C Quadrat. So schauen wir aus. Mit der Serienschaltung von R und C. nicht dem Schneckenhals. Das war etwas komplizierter, finde ich, wie die Serienschaltung von R und L, weil man ja dieses komische Mal minus J, weil man das ist negativ. Aber jetzt kommen halt negative Phasenwinkel raus. Das ist typisch für Kapazitäten. Kapazitäten haben negative Phasenwinkel. Haben auch negative Blindleistungen dadurch. Und Induktivitäten haben positive Phasenwinkel. Deswegen sagt man, wenn der Phasenwinkel positiv, sagt man induktives Verhalten, wenn der Phasenwinkel negativ ist, ist es kapazitives Verhalten. Egal, ob da jetzt Kapazitäten drin sind oder nicht. Gut, da haben wir also einen Unterschied. Interessant ist dann noch die Serienschaltung von R, L und C. Also wie schaut es aus, wenn wir alles hintereinander schalten? Weil das eine hat einen Phasenwinkel nach vorne, das andere hat einen Phasenwinkel nach hinten. Und das kommt interessant werden, was da passiert. Schauen wir uns das an. Das schauen wir uns an im nächsten Video. Serienschaltung von R, L und C. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.